Das Hotel Koal liegt in Sveti-Konstantin in Norden-Warner. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter. Insgesamt hat das Hotel Koal eine Weiterempfehlungsrate von 56%. 83 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4 von 6 Sonnen vergeben. Dabei wurde das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsangebote bewertet. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,5 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,1 von 6 Sonnen bedanken. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,1 von 6 Sonnen. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 3,9 von 6 Sonnen als gut bewertet. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 3,8 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,5 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.